Unterwegs in den Wärmer Alpen. Abfahrt unter dem Eisbruch in der Raiger Westwand. Blick nach Westen Richtung Spaltenhorn, Blümlisalp, Palmhorn-Altelz. Tiefblick ins Skigebiet von Wengen und Grindelwald. In der Ferne tun die Stadt der Alpen. Ein Blick nach Norden. Im Hintergrund der Jura mit dem Schassrall. Besten Dank und allen gute Touren.